HALK Schon wieder ackert Dass die auch so viel verbarrikadieren müssen, das glaubt man auch gar nicht Na wo muss ich lang? Hier Verlöchen Ich nehm nur ein paar Sachen mit Auf hier hat nichts dagegen Oh hi, wie geht's dir denn so? Nicht gut Oh, dann solltest du lieber nach Hause gehen Ich kenn mich damit aus So wie du aussiehst, wirklich nach Hause gehen Du genauso, also wirklich Was macht ihr alle hier krank? Wir stecken uns sonst noch an So geht das nicht Yo Okay Okay Ups Eigentlich wollte ich jetzt die Zeitlupenkacke da stoppen Aber hab ne Granate geworfen, auch nicht schlecht Du Langweiliger Desktop-Hintergrund Desktop-Testop Oh ja, Hintergrund Ja Irgendwas kann ich aufnehmen Und nehmen wir Maschinen-Dinges Ja Wissen Er geht wenigstens auf der Toilette Und ist da krank Was zum Abgefuckten Scheiß Also im ersten Teil war das nicht so, oder? Also wirklich Guck mal, ihr macht hier alles dreckig Könnt ihr nicht Auf die Toilette gehen, wenn ihr krank seid Wollen wir zu Hause bleiben, wie wär das? Oh Wollen wir zu Hause bleiben, wie wär das? Oh Oh Das waren nicht die Eier, das war die Buss Ähm Die schönen die immer zerfleddern Egal wo ich hinschieße Platsch und die sind weg Mit dem durchgehend aufs All-Läppchen schießen Der wird irgendwann explodieren Arschloch So Jetzt möchte ich mal gern ein paar Sachen hier aufsammeln Ach ja Genau Das ist nochmal stylisch hier, die war woooow Kanase Ja, ok, weiter geht's 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 Ich renne hier einfach mal so durch Hier ist Fox Hört mich jemand? Nein Ich höre jemanden weinen Klingt wie eine Frau Ich werde das prüfen Ich würde wetten, der ist gleich tot Eine Lüftungsschacht Oh Ich wollte grad sagen, da kommen da Feinde Oder Soll ich nicht doch lieber Durch den Lüftungsschacht kriechen? Ich glaub ich krieg da mal durch Oder? Ja Ich tue's einfach Lüftungssch morise Th Do 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 Oh, nur schon wieder ein Hinweis. Bringt's eigentlich irgendwas, wenn ich bald mal Trillionen Hinweise hab? Ich hätte jetzt erwartet, dass ich da Alma nochmal treffe. Vielleicht mal angezogen. Oh Gott! Natürlich treffe ich Alma, aber die war nicht angezogen. Nee, im Gegenteil. Bäh. So, Alma muss sich wirklich nicht überall so präsentieren. Die kann sich echt gerne mal ruhig was anziehen. Hab ich nichts gegen. Ausnahmsweise. Was? Oh. Hach da. Könnt ich nicht einfach die Wand einhauen und dann zu dir kommen oder so? Was für eine Kammer. Hier. Toilette. Oder? Was für eine Kammer. Ach da. Oh Gott. Das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so? Oh Gott. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Oh Gott. Nein. Nein. Muss ich aber gleich mal wieder prüfen, ob noch alles in Ordnung ist. Was, ne? Fickt euch. Ihr lasst mich jetzt nicht hier. Will ich jetzt mal in den Eier abfallen? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm, lass mich doch einfach durch und ich fick die alle weg. Was ist das jetzt? Die schießen noch auf alles, ne? Können wir irgendwie so vor. Mein Mixer funktioniert nicht mehr. Ja. 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 Ich habe das jetzt. Guten Morgen, Herzchen. Fick dich. Sie gehören zum Projekt Harminger. Warum sonst sollte Aristizi hierher bringen? Commander, wir sagen Ihr Streicher Haupt لager. Verstanden. Ich komme. Sie darf nicht entkommen. Serniels, beende das hier. Der Lutscher geht nur als wo wir hin. Was? Was? Lucha? Ah, muss ich da ganz lang, ne? Ich will ja grad mal so ne Granate werfen. Nicht mit mir, du. Nicht mit mir. Ah, jawoll! Ich kann nicht mehr mit der Art normal zielen. Da hat der mir ne Granate gegen den Kopf geworfen. Autsch. Granate. Ach, da lebt noch einer. Basta. Ich schnapp mir jetzt mal wieder schnell Leben da hinten. Oh, stylisch. Und hier auch so drüber, was voll nicht stylisch aussah. So, jetzt bin ich wieder voll Energie. Es kommt doch her, ihr Lucha. Ihr halben Scheren. Ihr voll nicht mehr vollen Tintenpatron. Oh, ich mach Karate. Zack. Das nenn ich. Ne, warte. Ah, doch, 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 warte. Richtig. Das ist sogar stärker als Karate. Sogar krasser als Kung Fu. Krasser als Jujutsu. Krasser als Jujutsu. Das nenne ich. Kung Fu Shotgun zu. Oder so. Becket, ich finde Aristide nicht. Sie muss panisch geflohen sein. Halt Ausschau nach ihr. Hätte ich hier Musik, wäre das viel cooler. Könnte ich mit meiner Shotgun so im, 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 so dem Bass nachmachen, so. Und ich habe einen Erfolg bekommen. Was denn für einen? Zwei Erfolge. Jihau, hu hu hu. Puck. Klopp, klopp. Wer ist da? Der... Weiß ich nicht. Oh ja, lass mich... dir doch... den Kopf kaputt hauen, man. Puck. 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 Autsch. Tödliches Ballett. Das ist doch mal geil. Hallo. Autsch. Fickt euch doch mal. Hardcore. Voll nicht drauf geachtet, dass dann neben mir noch diese komischen Teile sind. Ah, so wie es aussieht, muss ich dagegen schießen. Theoretisch dürfen die jetzt gar nicht wissen, wo ich bin, aber das wissen die natürlich. Oh, du musst doch tot sein, du Stück Scheiße. Ich muss eine Granat an den Kopf. Du Aufweise-Katron. Das ist ja gar voll schwul aus, wie der gelaufen ist. Aber ohne Scheiß. Kann ich da nicht durch. Das ist aber schade. Ja, durch hier. Kann ich das Teil nicht nehmen? Medikid, voll. Wie zum Teufel nehme ich Medikids? Ah, nein. Ah. Oh. Das erklärt mir immer noch nicht, wie ich Medikids nehme. Was ich überhaupt welche habe. Teufel. Ne. Hä? Wie wird das? Irgendwie. Wofür ist das denn eigentlich? Das muss doch Medikid sein, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Scheiß doch drauf. Ach, ach so. Mein Leben ist gar nicht... Ach so. Sagt da doch jemand. Mein Leben ist gar nicht irgendwie... Irgendwie... Ja. Geringer geworden, sondern nur meine Rüstung. Und mit einem Medikid kann man ja schwer irgendwie die Rüstung aufbauen. Na gut, man könnte sich die Teile auch irgendwie an die Brust kleben oder so. Und dann... Da rausgehen. Aber... Das ist, glaube ich, nicht so viel frei. Und leckt euch doch. Pssst. Au. Hat der... Ihr sollt mit meiner Granate nicht Fußball spielen. Ihr sollt die auffangen. Und... Und... Keine Ahnung. Warten, bis sie explodiert oder so. Och, nö. Ey, komm. Hier, du.